Hey you, can we talk? Oder die Augen, die die ganze Zeit mit Blut und Hormonen vollgepumpt werden, sagen hier, du kannst nicht mal. Oder die Muskulatur sagt hier, ich bin verrückt, was soll denn der Quatsch? Oder die Verdauung sagt, ja was jetzt? An, aus, an, aus, mach dein Grab selbst. Ähm, es kann sogar passieren, wie bei den Verliebten, dass unser Hirn völlig unzusammenhängt, wieder irgendwas zuweist. Ist auch großgefährlich, ja dann rufen wir doch besser einen Alarm aus. Ähm, schön, dass ihr dabei seid, Leute. Wir reden jetzt ein bisschen schneller, weil der Akku ist gleich leer. Matthias, du hast einen Artikel auf dieselbstyklose.de über die alltägliche Gehirnwäsche. Also stell dir mal vor, du könntest zu jemandem, ohne dass der es verhindern kann, der kann dir nicht ausweichen, jeden Tag 60.000 Sätze sagen. Also jetzt, bei aller Liebe, egal was der vorher für eine Meinung hatte, wenn du nach einer Woche mit dem fertig bist, hat er deine. Hey, you, can we talk? Hey, you, can we talk?